Die neueste Folge von South Park mit dem Titel Trooping the Colour Chaos hat eine gewagte und satirische Attacke auf Prinz Harry und Meghan Markle und löste in den Medien große Aufmerksamkeit und Debatte aus. South Park, bekannt für seine ungefilterten Kommentare zu prominenten und gesellschaftlichen Themen, widmete dem britischen Königsevent Trooping the Colour eine ganze Episode, in der er den Herzog und die Herzogin von Sussex in einem besonders kritischen Licht hervorhob und sie gleichzeitig mit dem souveränen Auftreten der Prinzessin kontrastierte Karte. In dieser Folge stellen die South Park-Schöpfe Trey Parker und Madstone Harry und Meghan als ruhmhungrig und heuchlerisch dar, eine Darstellung, die ihr öffentliches Image und ihre häufigen Medienauftritte übertreibt. Die Show macht sich über ihre Versuche lustig, durch Dokumentarfilme und öffentliche Engagements ihre Relevanz aufrechtzuerhalten. und kritisiert gleichzeitig die königliche Institution, die zu ihrem Ruhm beigetragen hat. Meghan, die als Herzogin-Drama bezeichnet wird, beklagt sich über die Verletzung ihrer Privatsphäre und fordert gleichzeitig die Aufmerksamkeit der Paparazzi auf sich, während Harry als kontaktlos dargestellt wird und nicht in der Lage ist, die Frustration zu verstehen, die die Öffentlichkeit und die königliche Familie ihnen entgegenbringen. Im krassen Gegensatz dazu wird Prinzessin Kate als Einbegriff königlicher Würde und Anmut dargestellt, unerschütterlich während des Chaos des Ereignisses. Diese Darstellung dient als Kommentar zur Authentizität und Pflicht innerhalb der königlichen Familie und betont Kates Stabilität und Tradition vor dem Hintergrund des wahrgenommenen, unberechenbaren Verhaltens von Harry und Meghan. Die Mainstream-Medien haben die Gefühle der Folge aufgegriffen, mit Schlagzeilen wie South Park spießt Sussexes auf, Trooping the Color-Folge entlarvt Heuchelei aus der Daily Mail und South Parks brutale Interpretation von Harry und Meghan, A Royal Rumble aus The Sun. Die Folge wurde für ihren scharfen Witz und ihre furchtlose Satire gelobt. Diese Episode kommt zu einer Zeit, in der Harry und Meghan versuchen, ihre Identität außerhalb der königlichen Familie neu zu definieren, indem sie sich an verschiedenen Medienprojekten beteiligen, die auf gemischte Reaktionen stoßen. Kritiker argumentieren, dass ihre fortgesetzte Verwendung königlicher Titel und häufige Medienauftritte ihrem ausdrücklichen Wunsch nach Privatsphäre und Unabhängigkeit widersprachen. Bisher haben Prinz Harry und Meghan Markle nicht öffentlich auf die South Park-Folge reagiert. Angesichts ihrer bisherigen Erfahrung mit der Auseinandersetzung mit öffentlicher Kritik ist es jedoch möglich, dass sie in zukünftigen Interviews oder Medienauftritten darauf reagieren. Kritikliche Kommentatoren vermuten, dass diese Episode ihr Verhältnis zur britischen Öffentlichkeit und zur königlichen Familie weiter belasten könnte. Royal-Expertin Angela Levin bemerkte, South Parks Satire spiegelt die wachsende Frustration über Harrys und Meghans Verhalten wider. Die Episode unterstreicht nicht nur den Kontrast zwischen Harrys und Meghans Herangehensweise an ihr öffentliches Leben und der wahrgenommenen Authentizität von Prinzessin Kate, sondern greift auch ein breiteres Gefühl der Ernüchterung in Teilen der Öffentlichkeit über das Vorgehen des Hasexes auf.